Wir sind Katrin Nickenhäuser Egger und Alexander Egger. Wir sind in den letzten Zügen, in den Vorbereitungen. Bald geht's los und es heißt für den Münchner Stubenfestzelt, sapft es. Das Zelt wird geputzt, hergerichtet für die Gäste, die Schenke wird aufgerichtet und das Bier kommt von Paulana, das wunderbare Wiesnbier, in ein paar Stunden. Ja, die letzten Bilder haben wir jetzt halt aufgehängt und auch wie im letzten Jahr wird man wieder sehen, wie viel Liebe wir und Mühe wir in die Dekorationen unseres Zeltes gesteckt haben. Von der Geschichte Münchens über alte Musikinstrumente, unser Maskkrug, Krügerleuchter, unsere Münchner Stumdekoration, unsere Bierdeckelchen. An jeder Ecke gibt's was zu sehen und ganz besonders unser Fallenziel hängt auch wieder, der hat einen ganz besonderen Platz, auch der Empore im Zelt.